Musik Ja, das ist gar nicht so einfach und das erfordert sehr viel hartmögliches Geschick, das haben aber meine Perückenmacherinnen zum Glück. Ich kann aber nicht irgendwelche andere Leute jetzt hinsetzen und die Produktion vermehren. Ich muss mich auf mein bestehendes Personal beschränken, um wirklich auch die Qualität der Perücke zu gewährleisten. Musik Hey, NBC News fans. Thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here. And click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.